Wir sind die Klasse 12a der Freien Waldorfschule U-Landshöhe aus Stuttgart. Als Abschlussfahrt machen wir ein Sozialprojekt in Rumänien. Dafür fahren wir nach Zlatna in einen kleinen Ort und bauen dort einen Holzspielplatz. Uns helfen dabei drei Mitarbeiter von Kukuk. Das ist ein Verein, die bauen Spielplätze hauptsächlich aus Holz. Zlatna liegt in den östlichen Kravaten und das ist ein typisches rumänisches Dorf. Auch hier hat jeder im Garten noch seinen Schwein und seine anderen Tiere. Dann gibt es ganz viele streunende Hunde und so. Es ist einfach noch so ein bisschen wie eine Reise zurück in die Zeit. Es ist so wie stehen geblieben. Und neben dem ländlichen Eindruck prägt Zlatna auch noch die alte Industrie. Da sind aber heute nur noch die Ruinen erhalten. Und wir waren gestern ein bisschen da an den Ruinen hinten. Und da, das Gebiet ist wirklich, also sieht grauenhaft aus. Da sind bunte Pfützen in allen erdenklichen Farben, was wirklich nicht gesund sein kann. Und daneben spielen die Kinder. Der Kontrast ist ziemlich stark. Vor allem, weil alles zur Hauptstraße hin wie so schön aufpoliert ist. Und wenn man dann einfach ein paar Straßen weiter nach hinten geht, dann zerfallen die Häuser. Und die Leute leben einfach in richtig kaputten Häusern unten. Und oben ist es nicht mal ausgebaut. Und jetzt haben wir hier einen schönen Platz für unseren Spielplatz gefunden. Und jetzt können wir direkt loslegen zu bauen. Zuerst wurde Müll abgetragen. Das war eine ganze Menge Müll. Dann wurden die alten Geräte, die irgendwie nichtssagend sind, weggetragen. Und dann fing es an mit Löcherborden und dies und jenes. Nach drei Stunden konnte man gar nicht erkennen, was da früher da war. Und in Germania, habt ihr auch gesehen, dasselie her, was das? Ja. Was die Frage? Ich bin sehr gut, am wissen. Sehr gut. Sie sind sehr gusta. Sie sind mitnehmen, betreuen. Sie arbeiten, sehr guten zu sehen. Sie sind sehr gut. Sie sehen alles mit den Armenen und mit den Arten. Sie sind mit den Arten- und mit den Arten, wie ein Kind. Ja, ich mag, sehr sehr. Ich mag die Arten. Ich mag die Arten. Zwischendrin gab es Spannungen, wenn man natürlich so bespricht, wie kann man das machen, jeder seine Idee natürlich im Kopf hat und dann versucht, die durchzusetzen. Man kriegt es eigentlich letztendlich gut hin, dass es sich so verbindet, die verschiedenen Ideen und auch die Kuckuck-Leute, die sind da echt gut, dass die dann Vorschläge machen und sagen, ja gut, das kann man ja dann irgendwie zusammenbringen, dann machen wir das halt so und so und das klappt echt gut. Bis jetzt sind wir ganz gut mit dem Spielblattbau vorangekommen. Nur heute Morgen wollten wir malen, aber die Farben waren leider noch nicht da. Stattdessen haben wir dann was anderes gebaut, aber nach dem Mittagessen kriegen wir jetzt wahrscheinlich die Farben und dann können wir die Betonklötze endlich anmalen. Das war die Farben sind wir nochtig. und mit anderen Kindern, mit ihren Kindern, haben sie versucht zu verändern, um sie zu verändern. Sie sind viel mehr entschuldig, viel mehr respectiv, viel mehr beteiligt. In der Anfang war sehr schwierig, aber sie haben sich sehr gut gemacht, Es ist ein sehr schönes Bild. Und ich sage, dass wenn du dich mit jemandem bist, es ist unmöglich, dass du dich nicht verstehst, egal ob was und wie es sein würde. Nach und nach haben auch die Dorfkindern mitbekommen, die wir hier bauen. Die ersten sind auch schon vorbei gekommen und sind ganz begeistert mit dabei und helfen uns bei der Farbe gestaltung. Ich finde das total klasse, dass sie hier auch mithelfen, weil eigentlich ist es ja auch ein Spielplatz für sie. Und ich glaube, es macht ihnen auch großen Spaß. Also wir bauen hier gerade die Pläne auf, weil es soll jetzt gleich anfangen zu regnen. Es windet auch schon die ganze Zeit ganz heftig. Und ja, es ist gar nicht gut jetzt für unsere Arbeit, weil wir müssen ja vorankommen. Und wir haben noch ganz viel zu tun. Und haben halt viel gemalert bis jetzt. Und wenn es jetzt regnet, dann können es sein, dass die ganzen Farben wieder runtergehen. Ja, also seit gestern Abend hat Regeln, wir mussten auch viel abbrechen. Und deshalb, es war eine Sturz. Also heute ist der fünfte Bautag. Und das Wetter ist nicht ganz so toll, dass es jetzt geregnet hat und so. Da ist es dann jetzt ein bisschen schlammig. Auch oben haben wir rutscht auch ein bisschen rum. Es ist nur oben im Wald, wo ich davor war, kommt man nicht in den Berg hoch, ohne mitten in den Matsch zu fliegen. Das Holz ist ein bisschen nass und frutschig. Wir müssen aufpassen, dass uns nichts passiert. Es wird auf jeden Fall schwieriger, aber ich glaube, wir sind noch relativ weit gekommen und es wird anders fertig werden. Bis zum nächsten Mal. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es nicht sinnlos war, das Ganze und dass sie tatsächlich Spaß hat. Und das macht uns auf jeden Fall stolz, wenn die Kinder da unsere Sachen benutzen wollen. Ich finde, der Spielplatz sieht ziemlich besonders aus. Und es sind echt viele coole Sachen entstanden. Und ja, die Kinder freuen sich hoffentlich auch weiterhin noch und für längere Zeit. Ich habe auch noch eine große Herausforderung, und das ist die Aufmerksamkeit. Man hat es nicht so schnell und ist es nicht so schnell. Dass du sie ganz platt bist. Ich habe dich und bin so schnell irgendwo schöpfen. Wir machen dir das so schnell. Hallo! Du thrigst dich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020